Willkommen bei Moneymaker. Im heutigen Video sprechen wir über neue äußerst interessante Aussagen von WEF-Gründer Klaus Schwab. So ist Klaus Schwab beispielsweise der Meinung, dass nach Corona niemand zur alten Normalität zurückkehren wird. Ebenfalls werfen wir einen Blick auf Klaus Schwabs neustes Buch, in dem er unter anderem darlegt, wie ein neues Wirtschaftssystem nach dem Great Reset aussehen muss. Wenn ihr wissen wollt, wohin die Reise geht und was uns möglicherweise bald schon erwartet, dann bleibt unbedingt dran. WEF-Gründer Klaus Schwab sieht die aktuelle Corona-Krise als Beschleuniger für die Umsetzung des Great Resets, um nach seinen Angaben eine neue bessere Welt zu erschaffen. Im Detail sagte er folgendes. Zitat. Die plötzliche und allumfassende Wirkung von Covid-19 hat uns vor Augen geführt, dass ein von egoistischen und kurzfristigen Interessen geleitetes Wirtschaftssystem nicht nachhaltig ist. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Schwab ist nun der Meinung, dass die Folgen der Covid-Krise als Augenöffner sogar besser geeignet seien als der Klimawandel oder die zunehmende Ungleichheit. Sein neustes Buch Stakeholder-Kapitalismus, welches Ende 2021 auch auf Deutsch erschien, trägt den Untertitel, wie muss sich die globale Welt verändern, damit sie allen dient. In diesem Buch beschreibt der WEF-Gründer, dass ihm die Corona-Krise neuen Mut mache, seine Ziele zu erreichen. Er hofft, das Erbe von Covid-19 zu verändern und ein Wirtschaftssystem aufzubauen, was angeblich auf Inklusivität, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung beruht. Demokratie soll dabei in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Auch in einem Beitrag auf der Seite Project Syndicate beschreibt Schwab, dass wir nach der Corona-Krise ein neues Führungsmodell benötigen. So erklärte er folgendes. Zitat. Governance 4.0 würde sich in mehreren grundlegenden Aspekten von seinen Vorgängern unterscheiden. Erstens würde es das kurzfristige Krisenmanagement von heute durch langfristiges strategisches Denken ersetzen. Die Konzentration auf aktuelle Probleme wie die Pandemie, sozioökonomische Krisen und die psychische Gesundheit der Menschen, muss durch Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Umkehrung des Verlust der Artenvielfalt und der durch menschliche Aktivitäten verursachten Umweltschäden, sowie zur Bewältigung damit verbundener sozialer Herausforderungen, wie unfreiwillige Migration ergänzt werden. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Vielmehr soll zukünftig der Stakeholder-Kapitalismus eine inklusivere und wohlhabendere, sowie eine gesündere und grünere Welt erschaffen, und den Shareholder- sowie Staatskapitalismus überwinden. Unternehmen würden dann im Zeitalter des Stakeholder-Kapitalismus nachhaltiger, digitaler und fairer werden. In seinem neuen Buch beschreibt Schwab zudem, dass vor 50 Jahren, als sein Vater die Firma Escherwiss in Ravensburg führte, die Welt noch in Ordnung gewesen sei. Damals war es ganz selbstverständlich, dass ein Unternehmen und sein CEO nicht nur die Aktionäre und deren Gewinnerwartungen, sondern alle Stakeholder eines Unternehmens berücksichtigten. Weshalb das bei den heutigen Firmen auf dem Escherwiss-Areal und sonst wo auf der Erde nicht mehr so sein soll, erklärt sich Schwab nicht. Schwab empfiehlt in seinem Buch zudem das Regierungssystem von Singapur, was jedoch seltsamerweise nicht so ganz zu seinen Zielen der Gleichberechtigung passt. Offiziell wird die Politik in Singapur von einer parlamentarischen, demokratisch gewählten Regierung bestimmt. Doch tatsächlich wird das Land bereits seit der Unabhängigkeit im Jahr 1959 von der People's Action Party regiert. Zudem wird das Land überaus autoritär geführt. Esminus erschrieb hierzu. Zitat. Oppositionelle kritisieren Singapur auch als Einparteienstaat, und der Papp werden immer wieder Zensur und die ungerechtfertigte Verfolgung von Oppositionellen vorgeworfen. Auf der anderen Seite darf sich das Land als das am wenigsten korrupte Land Asiens rühmen, und gehört nach Angaben von Transparency International zu den zehn saubersten Ländern der Welt. Dies mag auch mit den Verdienstmöglichkeiten hier zusammenhängen. Die Minister des Inselstaates gönnten sich 2007 eine Gehaltssteigerung von 60 Prozent und sind nun die bestbezahlten Politiker der Welt. Ministerpräsident Li Hinlong streicht alleine jährlich umgerechnet knapp 750.000 Euro ein, und lässt damit Angela Merkel und Co von Neid erblassen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Damit wird erneut verdeutlicht wo die Reise hingehen soll. Schon kurz nach Beginn der Corona-Krise veröffentlichte Schwab mit Jerry Mallered das Buch Covid-19 The Great Reset. Indem er erklärte, dass wir vor einem großen Umbruch in unseren globalen und sozialen sowie wirtschaftlichen und politischen Systemen stehen, und sich nach seinen Prognosen alles zum Besseren ändern könnte. Schon in diesem Buch beschrieb er, dass nun jedes Unternehmen in jeder Branche regelrecht gezwungen werde neue Geschäfts- und Arbeitsweisen auszuprobieren. Jene die in ihrer alten Arbeitsweise bleiben, werden scheitern. Alle die sich hingegen mit Flexibilität und Fantasie anpassen, werden die Covid-Krise schließlich zu ihrem Vorteil nutzen. Die Reduzierung der sozialen Kontakte werden zudem dazu beitragen, dass sich das Einkaufen im Internet mehr durchsetzt und zur Gewohnheit wird. Und auch auf die katastrophalen Auswirkungen der Restaurants ging Schwab in seinen Buch schon Mitte 2020 ein. Es sei laut seinen Angaben gar nicht so sicher, ob sich das Gaststättengewerbe je wieder vollständig erholen wird. Schwab verweist hier auf Experten die Angaben, dass in Frankreich und Großbritannien bis zu 75% der unabhängigen Restaurants die Lockdowns und die nachfolgenden Maßnahmen nicht überleben werden. Überleben werden hingegen die großen Ketten und Fastfood-Giganten. Das legt die Vermutung nahe, dass große Unternehmen größer werden, während die kleinsten schrumpfen oder ganz verschwinden. Und genau das scheint auch erwünscht zu sein. Am 19. November 2020 unterstrich Schwab seine Pläne zum Great Reset in einem Interview mit Euronews. Zitat Ich halte das Wort Reset für passend, weil wir das Virus noch immer bekämpfen, aber jetzt nach der Ankündigung von Impfstoffen recht optimistisch sein können. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn, denn eines ist klar, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, wie es unsere Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben, um wirklich darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist und was wir besser machen können. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Sind Klaus Schwabs Pläne zum Great Reset realistisch, oder handelt es sich hier um reine Ideologie? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team vom Moneymaker. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.